alle karten karte auf kurz gesagt ja Du musst ja vorsichtig starten in die Runde, ne? Benni, was nimmst du denn Schönes? Weiße Menschen sind wie unglaublich stinkende Scheiße Inder das chinesische Gymnastikteam Ein Abtreibung mit einem Rosti Das ist aus dem Film tatsächlich Ich nehm das Nehmen oder skippen? Ich werde skippen Nein Wie ihr möchtet So, warum ist das Rost verstofft? Oh Okay, doch, das ist besser für das Schweizer Moor Oh, das ist wieder scheiß Karten Oh Gott Regen Gott ist es verstofft Ja gut Treibt sich aber auch überall rum, der Typ Boah Puh Warum ist das Rohr verstopft? Was ist ein dummer Satz ey Binni, was los? Nein, du hast schon dick noch Hm Willst du grad googlen, wie man das Wort schreibt? Nein Willst du mir das eben auf Discord sagen oder per DM schicken, dann kann ich dir sagen, ob du richtig geschrieben bist Ich glaub auch was rein, wenn das falsch geschrieben ist, ist das nicht mein Problem Doch Wir sehen uns ja auch nicht Da werden wir jetzt eine halbe Stunde dann drauf rumreiten Das ist mir aber egal Okay Also der Benni sagt, das Rohr ist verstopft, weil das Chili hat zweimal gebrannt Weiß So, okay, das Rohr Alles klar Okay Ja, okay Verstehe ich Ja, Fahne, die nicht gut in Mathe sind Was machen die hier in einem Rohr? Ja gut, was willst du mit denen? Die kannst du auch so Ja Weil die dicke Bärta statt ihrem Klo hier verschwenden Okay Okay Okay, ja Und eine Folge für XRP Ja, moin Schön, selbstgeschrieben Hab ich es, hab ich es, ja Schon wieder, schon wieder das gleiche Spiel wie in der Runde davor Ich krieg immer die Karten als Zar, wo ich Karten zu hätte, die ich legen könnte Ich mag das Spiel nicht Ach, die Karten sind doof Das ist wirklich doof Vorher in der Frage ist schon ein Rechtsstaatsfehler Ähm, wenn ihr Karten skippen wollt Weil wir regeln das hier demokratisch Was sind denn verlebte Ich bin jetzt auf der Seite der kleineren Minderheit Also das heißt, wenn zwei sagen skippen, skippe ich Na, skip Na, skip Marvin ist hier ein sehr, sehr interessanter Name, der oft vorkommt Oh, da hätte ich wieder so eine gute Karte, die da drauf passen würde Warum kommt eigentlich so auf Marvin vor? Weiß ich nicht Marvin ist anscheinend sehr gefragt Was nimm ich denn? Was ist denn mein Beauty-Art? Ich müsste es ja selbst wissen Ja Die Frage ist, willst du es uns verraten? Das ist die andere Frage, ja Wieso sieht Marvin so jung aus? Sein Beauty-Geheimnis ist bestimmt Gesichtsgremium aus Scheidensekret von der Hilfige Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Okay, erklärt aber einiges Er Lonig war, wenn sie jung aus Sein Beauty-Geheimnis ist bestimmt Ein Kind, den Lolli-Clown es vergewaltigen und auch Spaß im Sandkasten dir wendig begraben Er ist halt fit Okay, ja, es hält fit. Das ist richtig, ja. Was ist denn ein anderes Beauty-Geheimnis? Das auch. Eine Steifmaschine. Das auch. Okay, erklärt auch wieder einiges. Aber dein letztes Geheimnis ist ein Glas voller benutzter Kondome. Ja. Wie wendet man das an? Mindestens dreimal täglich angucken, schon siehst du so gut aus. Oh, wow. Ach, komm. Danke. Man könnte sie auch trinken, ne? Ja, dann such mal alles schön aus. Das wird bestimmt lustig. Na, hier wieder ein paar Sachen weg tun. Das kann ich noch, das... Nein, doch, mach ich. Das kann ich nicht bringen. Erst dann kannst du so es recht bringen. Mhm, 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 mhm. Ich lege meinen Burger weg, warte. Dumm, 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 dumm. Genau, da habe ich gerade auch dran gedacht. Panda macht... Numm, numm, numm. Nummer eins. Ich habe gestern Nacht von... Benjamins Rüssel geträumt. Ich wäre am liebsten nicht wieder aufgewacht. Hast du es selbst geschrieben. Das war Marvin. Klar. Okay. Von was habe ich denn gestern Nacht noch geträumt? Von Sex, bei dem das Tampon noch drin ist. Da wäre ich aber für Horror lieber nicht mehr aufgewacht. Egal. Ähm. Zabel Transvestit. Zabel Transvestit. Da würde ich mir Gedanken machen. Nice. Drei Siebenjährige, weil sie besser als eine Sieben-Zwanzigjährige sind. Wo? Die Antwort kenne ich irgendwo. Die habe ich mal auch gefragt. Das ist, äh, wild. Äh. Ja, Alex, was hast du denn gestern geträumt? Das. Ah. Oh, yay. Aber bei dir war die drei als Zahl ausgeschrieben, ne? Ja, ausgeschrieben. Also, als Zahl... Achso, okay. Lol. Ich hatte das als Karte. Lol. Nach dem Erdbeeren... Nach dem Erdbeeren brachte Sean Penn den Haitianern. Ähm. Du bist der Zar. Warte auf, Spieler. Merci. Weg. Weg. Das ist nicht ganz so geil, aber... Nach dem Erdbeeren brachte Sean Penn den Haitianern. Necrophilie. Nach dem Erdbeeren brachte Sean Penn den Haitianern. Den Haitianern. Kinder an der Leine. Nach dem Erdbeeren brachte Sean Penn den Haitianern. Querschnittsgelähmte. Und nach einem Erdbeeren brachte Sean Penn den Haitianern. Sexuelle Spannungen. Hm. Hm. Irgendwie passt alles viel. Hm. Ich glaube, er brachte den ganz klar Querschnittsgeläsen. Oh. Schiebung. Oh. Oh. Ja. Frohe Weihnachten. Hm. Also das hier würde ich eher meinen Vater... Das ist auch kacke alles, was ich hier habe. Mein Gott. Das ist doof. Ich muss doch die Hälfte wegschmeißen. Hab selber was. Ja. Boah, das ist dumm. Oh, ich schweige zwischen zwei Sachen. Hm. Ja, doch, ich lasse das so. Benni muss jetzt überlegen, was er wieder selbst schreibt. Schall. Hör. Ist er mit googeln beschäftigt? Nee, brauche ich nicht. Das kann ich meiner Mama schenken. Ist doch nicht witzig. Oh, Dennis muss das vorlesen. Oh, dürfte... Mir fällt zwar nichts ein, dass nämlich irgendwas hier scheiß drauf. Ja, ich muss das vorlesen, richtig. Scheiße. Ups. Nein, weil das geschehen für meine Mutter ist dieses Jahr. Ja, nee. What? Oh, mein Gott. Ja, okay. Das war Marvin. Hm, bestimmt. Ich habe nicht ein halbes Jahrhundert gebreitet. Also das ist weird. Ja, sehr weird. Der Fütter ist eines abgetriebenen Kindes mit den Worten, ich habe das Christkind gefunden. Es war weird, aber, ne? Hm. Äh, der Amokler von... Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? New Age Music? Freundlich lächelnd. Ja, dann nehmen wir doch das das. Das andere war es einfach zu krass. Wenn ich das sehe, kommen mir vor Lachen gleich die Tränen. Oha, ich füsste jetzt keine Antwort. Marvin ist der Zahn, ne? Ja. Ah, okay. Ändert jetzt seine Antwort, ne? Nö. 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 Die spielen ja immer noch Cards Against Human. Nö. Hm, das ist richtig. Also, gönnt euch. Hm, danke. Also, wenn ich das sehe, ne? Kommen mir vor Lachen immer gleich die Tränen. Ein Pädophila, der traurig ist, weil er erkennt, dass er gerade eins macht. Das ist gut. Sein eigenes Kind behindert. Das ist auch gut. Und ein Röpse erwartet. Was gibt es im Himmel tonnenweise? Leider die perfekte Antwort. Nehm ich da. Soll ich das? Oder? Das ist auch gut. Was gibt das mal eben? Das geht auch weg. Nehm ich das oder das? Benni schreibt mir selbst. Hm? Hm. Ja, ja, ja. Kai, man hört dich nicht. Falsch ist es nicht. Ja, man hört dich gerade nicht, Kai, wenn du das vorlesen solltest. Unterdrückung. Oh, Entschuldigung, ich hab's schon nicht gemutet aus Versehen. Ähm, ja, was gibt's im Himmel tonnenweise? Tote Babys? Okay. Leider nicht. Es war, es war, es war. Unterdrückung? Oh. Okay. Ich dachte, das ist eher so ein Höllen-Ding. Würde ich eher auf die Hölle beschreiben? Achso, ich kann ja noch nicht abstimmen. Ähm, ja, ich hab's vorsehen auf Abstimmen gedrückt, als ich die Karte aufmachen wollte. 72 Jungfrauen, die sich hinterher als Apostel rausstellen. Okay, tote Eltern. Gehören die dann zu den Babys oder wegen dem Babys? Ich frage ein Freund. Mhm. Ah, okay. Achso, schön, dann sind sie wieder vereint, ist doch super. Ja, das war selbstgeschrieben, danke. Ja. Vielleicht bin ich gar nicht Leon, sondern, ja, wer bin ich denn? Lasst euch mal was Schönes einfallen. Ich hab dieselbe Karte nochmal bekommen, ernsthaft. Oh mein Gott, ist das eine behinderte Karte? Oh, warte mal, was ist das? Okay. Oh, warte, nein, 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 oh, gut. Das wird auch passen. Was hab ich denn das? Okay. So. Vielleicht bin ich gar nicht Leon, sondern... Hitler. Schön, dass wir das machen. Wer weiß. Vielleicht bin ich gar nicht Leon, sondern... Unkontrolliertes Furzen der Öffentlichen... Oh, vielleicht... Günther Jauch, der von einem Schwarm Greifbügel attackiert wird. Ja, ja, ja. Würde ich nicht so. Zwei Zwerge, die in den Eimer scheißen. Ich bin nicht mal groß genug für ein Zwerg. Wie soll ich denn zwei Zwerge sein? Ja. Du bist ja auch nicht Leon, oder? Ja, das ist richtig. Oh, so. Oh. 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 What the fuck? Oh, nee, das... Oh, nee. Oh. 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 YouTube-Challenge. Seine eigene Tochter, was auf dem Nachhauseweg auflauern, sie entführen und dann es verhaltigen, hat sie sich nur damit, sie für den Ernstfall vorbereitet ist. Wer mal die Karte hatte, die hatte ich auch. Oder? Unergründliche Dummheit ist die neue YouTube-Challenge. Das ist sogar die Wahrheit für die YouTubern. Ja, das stimmt. Also das Letzte entspricht eigentlich Naja, man muss immer im Leben vorbereitet sein. Ja, das ist so. Dennis, du hast die? Ich hatte die. Das ist doch du. What the fuck? Nee, wirklich nicht. Nee. Ja, mach weg. Oban! Nein. Ja, wir haben zwei dafür. Mir ist es natürlich egal, aber okay. Das ist ein bisschen Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist bestimmt witzig, weil der einfach scheiße ist als Schauspieler. Bestimmt, keine Ahnung. Ich kenne auch nicht. Ich auch nicht. Ich verzeihe, ich nehme das mit Niki-Laures. Ja! Hm. Hm, ist ein schmaler Grad, der zu Hm führt. Oh, ich habe die perfekten Karten. Verdammt. Skippen, lassen. Von mir aus können wir das lassen. Mal lassen. Okay. Von mir aus können wir auch lassen. Da alle das lassen wollen, skippe ich jetzt. Nein, Spaß. Und Kai, hast du was Besseres gefunden? Ich überlege gerade, ob ich die Reihenfolge... Was ist denn das dahinter für Punkte? Bei dir 30 und 4. Was heißt denn die 4? Hm, 4 heißt, dass ich schon 4 Spiele gewonnen habe. Obst du im Account 30? 30 Mal habe ich das Wort bekommen. Okay. Okay. Ein Arschfick... Boah. Ein schmaler Grad, der zu... Eine Gesichtsmask-Maske aus dem Kopf. Passend, ja. Ja. Erotische Harry Potter-Geschichten sind ein schmaler Grad, der zu... Die Arschbacken... Oh, okay. Alles... Alles... Ja. Jeder hat seinen Fetisch. Erdogan ist übrigens ein schmaler Grad, der zu... Verpixelte... Bukake für... Oh. Nein, danke. Bei dem Paralympics-Schummeln ist ein schmaler Grad, der zu... Oh, 6. Mich. Na. Ja! Ah, schön. Da wurde schon wieder... Skrippen, nicht skrippen. Ah, ich hätte was. An der Neid zu sein. Hm. Oder nehme ich das? Katze, bitte. Oh, Katze, bitte. Das ist ein guter Antwort. Und dann passen. Das will ich skippen. Hm, wenn ich schaffe wieder selbst? Das? Ja. Ach. Ist doch nicht im Stuhl. Du schreibst selber, was? Ja, du schreibst selber. Hä, 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 hä. Gibt zwar für mich keinen Sinn, aber... In Bochum wurde schon wieder eine Frau vergewaltigt. Das war bestimmt... Die behinderte Linda, die steht auf sowas. Okay, interessant. Afrikanische Kinder. Okay. Der eklige Nachbar, der jedes Mal zu Anime-Pornos fappt. Fappt. Und wissen wollte, wie sich das real anfühlt. Okay? Ja, war das gut. Das war bestimmt globale Erwärmung. Bestimmt. Die Vorstellung. Ich sollte eigentlich Fappt schreiben, aber... Ja, ich wusste nicht, wer das schreibt. Und ich bin ja jetzt ein Idiot. Oh. Ja, Kai. Nimm die behinderte Linda. Danke. Durch was wurde die Klassenfahrt in ruiniert? Ich bin gespannt. So, die Klassenfahrt wurde durch. Schamhaarsalat mit Menstruationsdressing völlig ruiniert. Kann er schon mal die Stimmung vermiesen. Ja, das kann... Die Klassenfahrt wurde durch. Putin, der Hohensund, völlig ruiniert. Klar. Logisch. Wer kennt's nicht? Ja, klar. Auch schon dreimal passiert. Putin auf der Klassenfahrt? Ja, stand ja auch einmal in der Ecke, du. So, die Klassenfahrt wurde durch. Ein kaputtes Kondom, völlig ruiniert. Ja, das ist realistisch. Das ist cool. Ja. Die Klassenfahrt wurde durch. Die von einem Hochhaus stürzen und merken, dass man doch nicht fliegen kann, sondern nur unter dem Einfluss von Drogen, zu viel Atelier und Helene Fischer steht. Völlig ruiniert. Also allein, weil da Helene Fischer steht, würde ich sowieso schon vom Hochhaus stürzen wollen. Ja, das war schon. Was ist ja nicht? Spannend, wo der Benni überall schon Urlaub machen wollte. Ja, das kann weg, den kann ich auch langsam weg, das auch, der könnte auch irgendwann mal gut werden. Also in Kurdistan wollte ich immer mal Urlaub machen, auf jeden Fall, so ein schönes Land und mit seiner Mutter wollte ich Urlaub machen. What the fuck? In pädophilen Wohnwagen wollte ich immer mal Urlaub machen. Okay. In den Twin Towers wollte ich immer mal Urlaub machen. Aber man kann es ja theoretisch wieder, die sind ja auch gebaut. Wieder. Hm. Echt? Echt? Können Sie wieder reinfliegen oder was? Ja, können Sie wieder. Vollgas. Dann hole mir das Flugzeug. Das war schon echt schlimm was da passiert ist. Ja. Ja, natürlich. Aber. Eni, wo willst du denn gerne mal Urlaub? Wird Kurdistan überhaupt so wirklich geschrieben? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Wird nicht mit I geschrieben? Ach, in den Twin Towers. Hehehe. Ich sag es mir egal, wie es geschrieben wird. Ja, ist okay. Schrei mich an. Ja, echt ey. Ruhe. Hehehe. 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 So, nehm ich das. Kann ich irgendwas? Nein. Ach, jetzt versteh ich die Karte hier. Okay. Ja, besser später als nun, ne? Ja. Ja, das... Ja, das ist... Ah... Hm. 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 Ah! Ach, ja, 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 nicht. Wie steht sie denn, wenn das Licht an geht. Hm. Storbrich, du nicht bezahlt. Verarscht, du. Kai bist ja auch noch nicht so sicher. Ah, ich hab wieder nur Dreckskarten. Ich hab halt drei gute... Ich hab zwar auch gute Karten gehabt, aber die Fragen, die kommen. Ja. Nein. Das könnte dann besser passen. Leute, switche ich jetzt echt hin und her. Einer bestätigt, der andere nicht. Ja. Der Geruch von Omas Unterhose ist bei der neuen NASA-Mission zum Mars dabei. Ein pädophiler Grundschullehrer ist bei der neuen Mission NASA-Mission zum Mars dabei. Affe Alfred mit Afro ist bei der neuen NASA-Mission zum Mars dabei. Eine Schnappschulkröte, die in die Spitze deines Penins beißt, ist bei der NASA-Mission neu dabei. Warum nimmt man die mit? Aua. Also... Okay, bei mir bist du sogar raus. Ich finde die Schnappschulkröte gut. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Tatsache. Okay. Das erklärt, wieso ich nicht sehe, dass die Karten aufgedeckt werden. So, aktualisier mal die Seite. Man hört mich aber, ne? Ja, ja. Ja, okay. Okay, jetzt wird es aus dem Lobby raus. Biss ich ein neues Spiel machen? Kommt noch nicht mehr rein. Also er lädt die Seite auch tatsächlich nicht neu. Okay, die Verbindung zu dem Spiel war anscheinend weg. Oh. Penny, was ist denn die Steigerung von Schwerzer? Also ich komme nicht in das Spiel rein. Sagst du ja irgendwas an oder lädt aber gar nicht? Nö, Connecting. Namen eingegeben und dann auf den Haken und dann ist ja gar nichts. Schwarz, Schwerzer? Was? Keine Ahnung. What the fuck? Alter. Also wenn die selbst geschrieben ist, ne? Dämlich. Ja, Schwarz, Schwerzer, auch das stügelte Babyleichen wichsen. Man kennt's, klar. Schwarz, Schwerzer, den Fetisch von 10 dicken schwarzen Noten angekackt zu werden und dann sagen, jetzt bin ich eine... Oh. Scheiß. Alter, voll uns. Tschuldigung. Schwarz, Schwerzer, das Lut unschuldigerweise. Ah, schön. Habt ihr mal bangen gekriegt, die Helm. Ich hab schon präsentiert. Naja, es passt nicht. Oh, in Firefox lädt die Seite nicht mehr. Hm, sauber. Oh, schön. Nett. Nett. Oh, um... Hilfe. Lifetime präsentiert der Tag des jüngsten Gerichts die Geschichte von eine Gruppe 10- bis 12-Jährige. Danke. Ja, ja. Würde ich mir eventuell angucken. Eventuell. Hm, eher weniger. Lifetime präsentiert Fiki, Fiki, Fink, Wolo die Geschichte von Wolo ist die Schickgelder-Bonus. Alles klar. Lifetime präsentiert wenn du furzt und etwas Kacke herauskommt die Geschichte von von Charles' Lifestory. Hm. Hm. Ich weiß nicht, dass es passt. Anyway. Hm. 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 Genau. Schau, Kai. Sollte. Das Wissenschaftlern kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der püriertes Jugendgehörn verehrt. Muss das unbedingt püriert sein? Keine Ahnung. Wissenschaftlern kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der Angela Merkels bezauberndes Lächeln verehrt. Die Frau kann lachen. Nein, die lächeln zwischendurch? Wir schaffen das. Wissenschaftler haben kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der Inzest verehrt. Ja gut, ne, das... Also, der eine mag Angela Merkels Lächeln, der andere mag Familienspiele. Ich glaube, das püriertes Jugendgehörnis ist eigentlich mal so in der Suppe oder so. Und der andere mag gern püriertes Essen. Hm. Essen. Schön, dass du das nennen hast. What? Also, ich möchte nicht wissen, wie dein Speiseplan so aussieht. Boah, das war ein Job. Teil 1, dann der dritte Punkt und danach... Erst Mensch. Ich bin wieder da. Ja, schön. Willkommen zurück. Ohne wer? Nein, mit. Er trägt ein Sport-BH. Also, pürieren... Angela Merkel... Ja, das war keine Titten immer. Also... ...püriert, Merkels Lächeln oder Familienspiele? Ja, boah, du bist nicht allein. Ja, tötig. Hast du gerade gesagt, Familienspiele? Ja. What the fuck? Was denn? Inzest ist ein Spaß wie ganz Familie. Von klein bis groß. Deswegen ja auch Familienspiele. Von der kleinen Susi bis zur großen Oma Gerda. Von 6 bis 99. Alle dabei. Genau. Echt? Ich bin halt mal verpüriert. Oh, für die. Danke. Schade. Aber, ne, die Älteren fangen von hinten an, ne? Oh ja, das ist genau mein Ding. Danke mir. Ich habe aber auch neue Karten gekriegt, deswegen wahrscheinlich. Und war das nicht der große Rote Panther? Ja. Heute ist es in aller Tage. Ich kombine. Keine Frage. Farschlosig. Da hat an der Uhr gedreht. Es ist wirklich schon so spät. Oh, da kann ich das tatsächlich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Alkoholismus. So möchte ich sterben. Ja, das ist doch mal ein Ziel, ne? Ja, Moin. So sehe ich das nämlich auch. Aus einem Schulerschlagen zu werden und dass der Gerichtsmediziner sagt, der Schlag hat wohl gesessen. So möchte ich auch sterben. Oh, diese Kopfschmerzen. Da kam ein Flach. Oh, Benni. Auf dem Rasthochklo zum Drogenjunkie annahle ohne Gummi gefickt werden. Ja. Was? In ihr Kopfhörer in den Arsch. Da wird man was richtig fickt. Ja, das nehmen wir. Deswegen auch diese hässliche Lache, weil ich es einfach geil fand. Oh, scheiße. Kommt man auf sowas? Ja, das ist einfach geil. 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 Vielen Dank.